Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Folgendes, ich habe heute ein bisschen durch die YouTube-Rents geklickt und war verwundert, dass auf Platz 1 die Prank Bros waren mit einem Video. Wir essen Chicken Wings. Also die waren bei Burger King und haben sich Chicken Wings geholt. Und ich denke mir, das ist top, das ist Trend. Und wenn das heutzutage auf YouTube gut geklickt wird, dann dachte ich mir, das kann ich auch. Deswegen haben wir den Tipp von GuchenTV eingeladen. Ich bin Experte im Chicken Wing Essen und deswegen ist natürlich klar, dass wir das jetzt toppen von den Prank Bros. Genau, die waren bei Burger King, haben sich jetzt eine riesen Ladung gestellt. Jede 30 Stück so. Wir machen das richtig mit der Challenge. Wir dürfen leider nicht sagen, von wo wir das haben. Aber es ist nicht bezahlt. Da kann er sich wahrscheinlich denken oder so. Weiß nicht, fängt man dann direkt an oder wie? Ja, schreibt schon mal in die Kommentare, ob wir das schaffen Hot Wings zu essen. Das sind, wie viel hast du? 6, 12, 30 Stück. Schaffen wir jetzt 2, 30 Stück zu essen, meine Freunde? Die Zeit läuft. Ja. Wollen wir anfangen? Ja. Ja, wie läuft das jetzt wieder? Wir quatschen nebenbei oder wir essen Eisrohr? Kannst du was erzählen? Muss aber nicht. Also ich glaube relativ viel. Die sind richtig gut, Mann. Auf jeden Fall. Ich merke die Schärfe auch noch nicht so. Ah doch, jetzt kommt sie. Ach ja, stimmt. Die sind aber gar nicht scharf. Also null. Das sind keine Hot Wings, das sind Cold Wings. Nein. Ja, das musst du tun. Ja, wollte ich auch, aber die sind ja gar nicht scharf. Wollte ich die Soßen? Nein. Bei den Hot Wings ist es halt so. Wieso merkst du morgen noch? Die brennt zweimal. Boah, der ist scharf, Alter. Boah. Boah. Der darf auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch, dass er das durchzieht. Boah. Alter, das ist heftig. Dass ich das hier mache, Alter. Boah. Man gewöhnt sich dann einfach nicht scharf, Alter. Boah. Alles, was der nicht hatte, hat der. Boah. Krass, Alter. Boah. Das hat sich alles auf ein Ding abgelagert. Auf einen so einen Krümel, ey. Ja. Mhm. Ich bin ein KFC-Experte. Wusstest du, dass depaniert werden nach dem 7-10-7er-System? Was ist denn das 7-10-7er-System? Weiß ich nicht. Da stand auf so einer Tafel. Mir haben die da zornig gesagt. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Und? Was machst du so beruflich? Das hier. Das machst du nix essen. Mhm. Die Prankgross haben in ihren Videos noch so Gummihandschuhe angezogen. So, bitte halt das Bart putzen einfach. Und das ist eigentlich ganz klar, weil ich habe jetzt schon die Finger hier fertig. Na gut, ich auch. Aber das ist schon ziemlich einwand eigentlich. Wollten wir eigentlich erst aus dem Baumarkt zurückziehen. So ein Ganzkörperanzug. Außerdem haben wir ja so Dinger mitbekommen. Und auch viele. Acht Stück oder so. Obwohl wir da zum Ritz waren. Ja. Danke an die Bevölkerung nochmal. Ja, was sind so deine nächsten Projekte, die so geplant sind? Mh. Du willst uns einen Witz vortragen aus einem neuen Video? Kleiner Spoiler. Die Hälfte. Du trägst jetzt die Hälfte des Witzes vor, aber nicht die Pointe. Die müssen sich die Leute selber herausfinden. Okay. Was haben wir denn hier? Dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendeinen hier raus. Die meisten WC Schüsseln sind aus Porzellan. Wieso nennt man Kloß? Geil, ja. Schreibt es in die Kommentare. Wer es darauf findet, kriegt einen Herd. Mh. Also wir haben das hier vertraglich abgesichert. Wenn ihr Fragen an ihr Tim habt, der wird das auch alles mit kommentieren. Ja. Ich hatte das vor einigen Jahren mal. Da hab ich mit Jojo, damals von Apple Roar, haben wir auch Hot Wings gegessen. Dann haben wir dem Abend noch was gesoffen so. Und äh, ich musste mich an demselben Abend noch übergeben. Und dann die Hot Wings auszukotzen. Das hat so gebrannt. Das war das Schlimmste, was ich... Okay, sowas hatte ich zum Glück noch nicht. Und das sagst du eigentlich zum Gerücht, dass KFC Hühner genmanipuliert, damit die drei Beine haben. Ist ja so ein Gerücht, was öfter schon mal rumgeht. Ich hab davon nichts gehört. Aber... Was soll das denn bringen? Ist das mehr Fleisch oder was? Ja, drei Beine. Du hast doch hier so Schenkel. Ja. Oh Mann. Mh. Das ist generell so insgesamt das Thema Massentierhaltung, ne? Also ich hab vor allen Dingen, hab ich so gesagt, ich hol mir so einen Eimer jetzt nicht wirklich oft, ne? Also bei KFC bin ich echt da hinten. Und ich dachte, heute muss ich mein Antibiotikum-Haushalt mal wieder auffüllen. Ja, seitdem ich einmal die Woche bei KFC bin, werde ich auch nicht mehr krank einfach. Das ist einfach so. Vorher die ganze Zeit Erkältung, Grippe, Magen, Darm. Aber jetzt? Ich bin komplett fit. Ja. Ich hatte auch nur drei Tumore seitdem. Also alles super. Ich brauch's gerade machen nach meinen nächsten Projekten gefragt. Mhm. Ich will noch nicht zu viel spoilern, weil der Vertrag auch noch nicht steht. Aber im Oktober geht's noch auf ein Festival. Uh. Also im Oktober wird gezeltet noch. Hab ich mal gespannt. Welche Festivals sind im Oktober, müsste man jetzt wissen. Ist das was Rockmäßiges? Ist was Rockmäßiges, ja. Boah, jetzt muss ich aber sagen, ist echt schon scharf, ne? Ich bin ja im Haar. Es wird halt irgendwie immer schärfer, hab ich das Gefühl. Die Prankbros haben die ganze Zeit dabei noch Eiswasser getrunken. Das wollen wir hier nicht. Nee, wir trinken hier nix. Ja. Was denkst du, wie ist das Prankbros Video entstanden? Hatten die einfach nichts anderes und dachten sich so, okay wir machen was? Oder haben die sich so gesagt, okay wir gucken mal wie das ankommt? Mhm. Also die haben ja schon echt ne dumme Zielgruppe, muss man ja einfach mal so sagen. Die geben sich ja mit allem zufrieden. Aber die sich so gesagt haben, ja mal gucken wie die das so annehmen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das eventuell ein Trend aus Amerika ist. Oder so. Von KFC einfach. Gestalt. Also ich kann mir tatsächlich einfach vorstellen, dass sie sich echt einfach dachten, das kommt alles an bei uns. Wir setzen uns einfach mal hin und essen Chicken Wings. So als Experiment einfach. Ja. Willst du noch was? Mhm. Haben eins auch. Die haben Schenkerin. So und ihr wart jetzt bei Promiflash. Ja. Weil ihr schwanger seid. Ja. Weil wir Promis sind eigentlich. Der Inbegriff von Promirenz. Ja wir haben noch, wird übrigens Party gemacht ne. Ja wir haben auch so ne Gamescom After Show Party. Weil sogar als YouTube C-Promi, wie ich einer bin, kommt man da rein. Da muss man nicht direkt in Promiflash für sein. Weil wir einfach auch was besseres sind. Man kann es halt so oder so sehen, aber... Hast du denn eine Reichweite schon mal für sowas ausgenutzt, wie eine Flasche in einem Club hinzukriegen oder so? Na ganz wär's. Tatsächlich, wir haben so ne Shots bei uns im Braunschweig und da hatte ich irgendwie so 15.000 Follower auf Instagram. Da hab ich gefragt, ob ich nen Shot gratis kriege, wenn ich was poste. Hab ich auch gekriegt. Einheit für 2€ Blase. Ja gut, jetzt bist du gut mit dem. Ja. Aber sonst, ich glaub ich hab einmal bei uns so nen Club neu aufgemacht, das Joker. Also früher so der krasseste Club eigentlich. Dann wurde der geschlossen und sechs Jahre später neu eröffnet. Und da hab ich, glaub ich, zur Neueröffnung gefragt, ob ich, wenn ich Werbung mache, nen VIP-Tisch bekommen. Wir haben's gelesen, aber auch konsequent ignoriert. Ja. Aber war auch ein Selbstläufer, die Eröffnung, also... Aber man versucht ja auch noch. Und du? Mhm. Ich hab damals, äh, zur Apple war Zeit, äh, ich glaub da gab's Master Jam als Kanal noch gar nicht sogar. Mhm. Da hab ich nicht gefragt, das wurde mir angeboten und dann haben wir im Nachhinein total unangenehm. Da wurde ich im Movie Park an der 90-minütigen Schlange vorbeigelassen, weil die, die da gearbeitet hat, kannte mich. Echt? Ja. Hast du's gemacht, oder? Ich hab's gemacht, ja, weil ich dachte, ach wie geil. So, aber das war irgendwie dann schon so im Nachhinein doch unangenehm. Hast du schon mal so was Dummes gedreht? Hm, ja, ich hab ein Video hochgeladen. Das ging genau zehn Minuten und ich hab jede Minute Werbung geschaltet, ich hab einfach nur die Kamera geschaltet. Und meinte, so schaffst du es, alle zehn Werbeunterbrechungen zu sehen. Ist ja noch... Ist ja noch geiler. Und ich mach hier mir die Mühe und ess hier Hotfix und die Leute zu unterhalten. Aber Tim, einmal da und dann kannst du dir die ganze Wohnung saugen. Ja, sowieso. Das kann ich auf jeden Fall machen. Wollt ihr denn noch ein Bild von uns weiß? Geil, ey. Ja. Weil man ist das hier einfach nur und direkt nennt man das eine Challenge. Ja, wollte ich auch grad fragen. Das ist jetzt eine Challenge, ne? Na klar. Da müssen wir ja drei Leute nominieren, ne? Wir sind ja auch Hotwings. Stimmt. Du könntest Alex V nominieren. Dann kannst du ihm das nachher noch sagen, dass du nominiert hast und dann was das nicht kennen. Stimmt, ne? Er macht doch auch so viel mit Essen. Meine Almer ist leer. Und wir sind noch... Ich gerade will jetzt einfach mit raus, ne? Ja, ja klar. Vielleicht kann ich eh nicht mehr gleich. Ich bin auch schon ein Satz, ja. Glaube ich. Wir gehen aber raus und verteilen das nachher in Obdachlose. Alles gut. Hier wird nichts was Ende. Ich bin hier nicht so der Mensch für Essen wegschmeißen. Also... Wir können die auch nachher gefiltern lassen. Dann kannst du sagen, guck mal... Von Kuchen-Depern. Ich bin so nett und lass dir noch die Chicken Wings gern. Ja, wieso nicht? Der freut sich bestimmt. Ich glaub, der wirft die aus dem Fenster. Was hat der damit gemacht? Streamst du auch? Ich weiß jetzt schon nicht, was ich sagen soll, also... Okay. Wir haben meistens dann Leute im Chat und Fragen. Genau. Meinst du, geschaffen in 24 Stunden 1500 Likes, kriegst das Video? Auf jeden Fall, oder? Wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, dann auf jeden Fall. Schreibt uns an sich in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet. Und vielleicht auch in die Kommentare, was wir als nächstes essen sollen. Hamburger oder so. Boah, ja. Ich bin echt sowas von sad man. Mega, aber... Heftiges Essen an dieser Stelle. Ja. Oh, das sollte eigentlich nur Franzosen essen. Ich wusste ich gar nicht, dass das so steht. Oh. Na ja. Cool. Ja, dann... Jetzt noch eins geben. Genau. Jetzt sind auch nur noch meine da, die sind eh nicht so lecker. Ja. Also... Ein, die zwei beide. Wie auch. Du wirst schon 16 Minuten, ja gut, dann mach ich gleich 13 raus und dann... Dann passt das Deck mal. Oh. Gut. Ähm... Dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast, um mal hier rüber zu kriegen. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, wirklich sehr. Da ist die Scherbe noch war. Ja. Ja. Und Daumen hoch. Und... Abonniert die Glocke. Abonniert die Glocke. Abonniert den Kanal. Und wenn ihr das heftig fandet, dann teilt's an alle eure Freunde, wenn ihr euch habt. In die WhatsApp-Gruppen. Und schickt uns Screenshots davon bei Instagram, wie ihr das in eine WhatsApp-Gruppe gestellt habt mit mindestens 10 Mitgliedern, dann packen wir das in unsere Story. Genau. So machen wir das. Ja. Okay, alles klar dann. Haut raus. Okay, danke. Thanks, buddy. What? Haha.